Hallo, ich bin Barbara, ich bin als Mitglied vom Cookie Corner. Bei mir ist es Tradition, einmal im Sommer bei mir auf der Terrasse ein großes Essen zu machen. Verschiedene Salate, Quiche Lorraine, zur Nachspeise eine Tarte au Fouvoirs und auch Tiramisu. Was ich jetzt im Moment noch mache, das ist ein grüner Bohnensalat, die grünen Bohnen sind schon gekocht. Das Dressing ist schon dran, weil das muss nämlich drei Stunden noch einmal einwirken, so eingelegte Tomaten. Schafkäse und Oliven. Das sind alles sehr frischende Sachen. Ein sehr einfaches Rezept, aber ich finde es immer ideal. Guck ihn, Quarnock! Das ist super. Boah, wie ist das? Oh, was ist das hier? Oh, hi. Barbara schmeckt's? Ja. Wie hat's gekocht? Die Barbara! Hurra! Das ist Carsten, das hat sich in den Jörg gefühlt. Meißgesicht aus Hamburg. Schau, der Stefan ist da. Er ist sehr schön. Sie müssen alle die Polizisten sehen. Sie müssen auch die Polizisten hier sehen. Das ist die Polizisten. Die Polizisten. Untertitelung. BR 2018